Hallo meine Lieben, heute gibt es für euch diese leckere Thüringer Kloßpfanne. Dafür benötige ich eine Packung Thüringer Kloßmasse, Sauerkraut, eine Packung Schinkenspeck, geriebener Käse, 200 Gramm Hackfleisch, ein halbes Glas Milch, ein Ei, Pfeffer, Kümmel, Öl und Salz. Die Auflaufform bepinsel ich mit etwas Öl. Dann kommt die Hälfte der Kloßmasse in die Auflaufform und wird flach gedrückt. Musik Ich würze das Ganze mit Pfeffer und Kümmel und bei Bedarf noch mit etwas Salz. Musik Anschließend verteile ich die Hälfte der Schinkenwürfel auf die Kloßmasse. Musik Nun gebe ich auch schon das Sauerkraut darüber und drücke es fest an. Musik Das Sauerkraut würze ich auch nochmal mit Kümmel. Als nächstes würze ich das Hackfleisch und forme kleine Klößchen daraus und gebe sie auf das Sauerkraut. Musik 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 Jetzt decke ich das Ganze mit der restlichen Kloßmasse. Ich gebe die restlichen Schinkenwürfel darüber. Musik 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 In das halbe Glas mit Milch gebe ich das Ei und füge noch Salz dazu und verquirle alles gut. Anschließend kommt die Ei-Milchmasse über den Auflauf. Musik Nun muss ich nur noch den Käse darüber verteilen und dann kann der ganze Auflauf in den Ofen. Musik Ich heize den Ofen auf 220 Grad vor und lasse den Auflauf ca. 45 Minuten im Ofen. Musik Nun ist mein Essen fertig und ich kann es probieren. Musik Musik Probiert es gerne einmal aus und lasst es euch schmecken. Musik Wenn euch das Rezept gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert auch gerne meinen Kanal. Musik 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 Musik